Einen wunderschönen guten Morgen, heute mit Sound. Nicht wie gestern, gestern war irgendwie komplett mute. Es ist mir auch nicht aufgefallen, dass das Samson-Mikrofon nicht aufnimmt. Erst als ich dann den Stream angemacht habe, hieß es dann plötzlich, Mikro ist aus und ich gucke so, oh, stimmt. War das jetzt beim Vlog auch schon so? Wahrscheinlich nicht. Und dann hieß es, oh, dein Vlog ist stumm. Das ist ein bisschen blöd. Ich sehe gerade hier ein Loch im T-Shirt. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass man da so ein bisschen Haut durchsieht. Ja, also was habe ich denn gestern erzählt? Ich glaube, ich habe ein bisschen was von Rügen erzählt und was gestern so geplant war. Aber gestern ist ja schon vorbei. Wir haben heute. Gestern war aber ein sehr schöner Tag, denn gestern habe ich ausgeschlafen und ich habe aufgeräumt ein bisschen. Ich habe hier gespielt. Ich habe den Buff getroffen am Flughafen Schönefeld. Ich war im Kino mit dem Benni und der Julia. Ben is back, hieß der Film. Und es war echt ein schöner Tag. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe noch ein Brötchen gegessen und ein paar Granatapfelkerne und habe ein bisschen sehen geguckt und irgendwann um halb zwölf, nee, halb eins bin ich ins Bett gegangen. Ja, und jetzt ist ein neuer Tag. Heute ist Freitag. Es war, glaube ich, ganz gut, dass ich gestern nicht einkaufen gegangen bin, weil die Läden waren wirklich rammelvoll. Und heute werde ich dann versuchen, zwei, drei Kleinigkeiten zu holen, um übers Wochenende zu kommen. Kleine Info am Rande. Der Zwölf-Stunden-Stream wird vorverlegt vom 31.12. auf den 30.12. denn ich werde Silvester mit meiner Mama und dem Freund von der Mama verbringen. Die fahren jetzt doch nicht nach Dresden. Es war in der, wie soll man sagen, es war im Gespräch, vielleicht doch zu fahren, aber das wird jetzt ausfallen und dementsprechend werde ich dann die Chance nutzen und mal Silvester auf Rügen verbringen. Ich fahre am 31.12. hin und am 1. aber auch schon wieder zurück, also für eine Nacht noch und dann vielleicht ein bisschen Feuerwerk am Strand gucken. und deswegen kann ich dieses Jahr den Zwölf-Stunden-Stream vom Jahr 2018 ins Jahr 2019 leider nicht machen, sondern muss den um einen Tag vorschieben, aber ich glaube, das ist okay. Die meisten haben ja auch geschrieben, Familie oder Mama geht vor und von daher ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, jetzt werde ich gleich ein bisschen quatschen mit Buff, wie es denn so ist. Der ist jetzt ja in Belgien für ein paar Tage und dann mal gucken, was der restliche Tag so bringt. Und wie gesagt, ich muss halt irgendwann noch was einkaufen gehen. Morgen ist DSA-Rollenspiel bei mir. Am Sonntag weiß ich noch nicht, was so ansteht. Der Stream, ne? Da ist der 30. zum 31. Jahr. Und am Montag geht es ja dann, wie gesagt, nach Rügen. Dienstag bin ich wieder da und dann haben wir noch ein paar Tage. Es ist immer erstaunlich, wie schnell die freien Tage rumgehen. Ja, einen Jahresrückblick muss ich noch machen. Das werde ich wahrscheinlich dann morgen machen, bevor ich meinen 12-Stunden-Stream mache. Da stehen Haare vorne weg. Guckt mal hier. Mann, ey, dass ich immer so empfindlich bin, was die Frisur angeht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich kann es euch nicht sagen. Naja, wie gesagt, einen Jahresrückblick machen und dann wird dann 12 Stunden gezockt. Mal gucken, was. Eigentlich wollen sie Alien Isolation sehen, aber ich weiß nicht, ob ich 12 Stunden Alien Isolation durchhalte. Ich glaube nicht. Naja, wir schauen mal. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Freitag. Falls ihr arbeiten müsst, kommt gut durch den Arbeitstag. Falls nicht, kommt gut durch den freien Tag. Und wir sehen uns bestimmt heute noch irgendwie bei einem Stream. Mal gucken, was und wann. Und hören tun und lesen tun wir uns bestimmt auch noch. Also, habt einen schönen Freitag, kommt gut ins Wochenende und genießt die letzten Tage dieses langsam dahin scheidenden Jahres. Bis dann. Tschüss.